Hallo, mein Name ist Dieter Sattler und in den nächsten Minuten werde ich Sie durch die Ausstattung und Vorteile der neuen B-Serien-Generation von Volvo Erdbauwalzen führen. Die SD75B, SD115B und SD135B sind leistungsstarke Maschinen. Sie wurden entwickelt, um überragende Verdichtungen in einer sicheren, komfortablen und umweltfreundlichen Weise zu gewährleisten. Diese Maschinen sind extrem vielseitig und dadurch perfekt für hydraulisch gebundene oder granulare Böden geeignet. Sie können in den verschiedensten Anwendungsszenarien eingesetzt werden. Aufgrund ihrer exzellenten Verdichtungsleistung wurde die bewährte Bandage des Vorgängers unverändert übernommen. Die Masse des vorderen Rahmens und der Bandage erzielen in Verbindung mit hoher Zentrifugalkraft die gewünschte Dichte in wenigen Walzübergängen. Die neue Maschinenplattform ist leistungsstark und vielseitig einsetzbar. Für hervorragende Ergebnisse kann die Amplitude umgeschaltet werden. Durch einen einfachen Knopfdruck wird die Verdichtungsleistung an dünne oder dicke Bodenschichten angepasst. Ebenso einfach kann die Vibrationsfrequenz am Bedienpult für verschiedene Bodenarten eingestellt werden. Dadurch werden Produktivität und Leistung gesteigert. Serienmäßig verfügen die Maschinen über zwei Frequenzeinstellungen. Volvo bietet Ihnen als Option fünf Frequenzen an, um die Bandagenfrequenz noch näher an die Eigenfrequenz des zu verdichtenden Bodens anzupassen. Mit einem Umrüstkit kann bei minimalem Werkzeug- und Maschinenaufwand die Glattbandage schnell und einfach in eine Stammfußbandage umgerüstet werden. Dadurch kann die Maschine in verschiedensten Anwendungsbereichen wie Lehm oder hochbindigen Böden eingesetzt werden. Für eine hohe Stabilität und gute Manövrierfähigkeit erlaubt das Knickgelenk einen Pendelwinkel von plus minus 17 Grad und einen Lenkeinschlag von plus minus 38 Grad. Die optionale Volvo-Antischlupfregelung verhindert das Achse- und Bandage-Durchrutschen. Sie erhöht die Steigfähigkeit und somit auch die Leistungsfähigkeit der Maschine. Sie erlaubt anspruchsvolles Arbeiten wie z.B. auf rutschigen Böden, bei denen eine gute Traktion erforderlich ist. Mit dieser Option kann die Maschine Steigung bis zu 65 Prozent bewältigen. Der Volvo-Motor stellt auch bei schwierigsten Bodenverhältnissen die Leistung zur Verfügung, die benötigt wird. Ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen garantiert eine außergewöhnliche Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch. Der Motor erfüllt die Abgasnormen der Stufe 4. Durch die passive Regeneration, die den Dieselpartikelfilter während der Arbeit automatisch reinigt, werden Stillstandszeiten verhindert und die Produktivität gesteigert. Der Eco-Modus gehört zur Serienausstattung der Maschine und ist beim Motorstart vorgewählt. Er passt die Motordrehzahl automatisch an die Arbeitsbedingungen an und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch um bis zu 40 Prozent. Wenn bei schwierigsten Bedingungen die volle Leistung des Motors benötigt wird, kann der Bediener diese Funktion per Knopfdruck am Bedienpult deaktivieren. Die Haube wird elektrisch geöffnet. Dadurch können bei den neuen Modellen alle Servicekontrollpunkte schnell und einfach erreicht werden. Sie sind auf einer Seite der Maschine zusammengefasst. Das Volvo Contronic System überwacht den Betriebszustand der Maschine kontinuierlich. Alle relevanten Daten werden dem Fahrer auf dem Bedienpanel in Echtzeit angezeigt. Diagnosedaten können über CareTrack, das moderne Volvo Telematik System, abgerufen werden. Kunden können so stets auf dem Laufenden bleiben und maßgeschneiderte Datensätze abrufen. So können Reports, Fehlermeldungen, aber auch Kraftstoffmenge, Maschinenstandort und Betriebsstunden überprüft werden. Serviceeinsätze können dadurch vorausschauend geplant und unerwartete Maschinenstillstände vermieden werden. So ist sichergestellt, dass die Maschine effizient eingesetzt wird. Bei allen drei Modellen wird die renommierte Volvo Kabine verwendet, die ROPS und FOPS zertifiziert ist. Sie bietet eine sichere und komfortable Arbeitsumgebung. Neben einer effektiven Heizung und Klimaanlage bieten große Fensterflächen eine ausgezeichnete Rundumsicht. Die Scheiben reichen vom Dach bis zum Kabinenboden und ermöglichen dem Fahrer eine überragende Sicht auf die Bandage sowie in rückwärtiger Richtung. Im Innenraum wird sie das niedrige Geräuschniveau überzeugen. Das speziell geformte Dach, die Seitenwände und weitere große Flächen sind mit weichem, geräuschdämmendem Material ausgekleidet. Stoßdämpfende Lagerungen der Kabine minimieren Vibrationen und reduzieren zusätzlich den Geräuschpegel für höchsten Bedienung.